Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von RTFM. In diesem Format geht es ja darum, lesenswerte und zeitlose Bücher bzw. Fachbücher vorzustellen, mit dem Ziel, sich als Entwicklerin oder als Entwickler weiterentwickeln zu können, quasi eine allgemein bessere Entwicklerin, ein allgemein besserer Entwickler werden zu können. Und deswegen ist auch der Fokus so auf den zeitlosen Büchern, weil es dort natürlich viel eher um zeitloses, allgemeingültiges Konzept- und Methodenwissen geht. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der letzten Folge, mit dem RTFM Nummer 4, da ging es ja um Common Lisp, A Gentle Introduction to Symbolic Computation von David S. Torecki. Das Buch ist von 1990, das ist schon drei Jahrzehnte alt. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem Buch zu einer aktuellen Sprache, in einer aktuellen Version, dann stellt man fest, dass das eine eine sehr hohe Halbwertszeit hat und das andere eben durchaus sehr schnell veralten kann. Und die Ursache ist da ganz klar, das eine Buch vermittelt Konzeptwissen, Methodenwissen, das andere vermittelt sehr kurzlebiges Technologiewissen. Und natürlich hat auch das Buch Common Lisp von David Torecki auch Technologiewissen vermittelt. Und das veraltet natürlich auch, aber die Konzepte in diesem Buch haben halt deutlich überwogen. Und das ist genau das, was das Buch so lesenswert macht, warum es allgemein nützlich ist. Und genau in dieser Richtung gibt es noch ein Buch. Das ist sogar ein relativ berühmtes Buch. Das ist sogar schon von 1979. Das wird ehrfurchtsvoll häufig so als das Wizard-Book bezeichnet, weil auf dem Cover eben ein Zauberer abgebildet ist, beziehungsweise gelegentlich auch als das Purple-Book. Es ist bei MIT Press erschienen. Und zwar handelt es sich dabei um das Buch Structure and Interpretation of Computer Programs, kurz SICP. Dieses Buch ist von Hal Abelson, Gerald J. Sussman und Julie Sussman geschrieben worden. Und allein die Namen dieser drei Autoren, beziehungsweise der Autorin, die sprechen schon Bände. Das sind also durchaus wichtige Personen oder wichtige Persönlichkeiten aus der Informatik. Das sind teilweise Professoren des MIT, teilweise Mitgründer der Creative Commons Lizenzen, Mitgründer der Free Software Foundation. Sie haben Schemen erfunden und so weiter und so fort. Sie haben sich viel mit KI beschäftigt, mit KI im Einsatz bei CAD und, und, und. Und also haben eben vieles bewirkt, haben quasi vieles geprägt. Und es sind durchaus sehr begabte und relevante Persönlichkeiten, über deren Namen man vielleicht das ein oder andere Mal schon gestolpert ist. Worum geht es in Structure and Interpretation of Computer Programs? Die Frage zu beantworten ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil das Buch sehr, sehr vielschichtig ist und auch die Antwort darauf sehr vielschichtig ausfallen müsste. Wenn man das Ganze relativ pragmatisch angeht, könnte man sagen, Structure and Interpretation of Computer Programs ist einfach mal eine Einführung in die Programmierung mit Scheme. Also das Buch basiert auf der Programmiersprache Scheme und es erklärt, wie man damit programmiert. Tatsächlich geht das Buch aber darüber noch sehr viel weiter hinaus. Der Schwerpunkt wird nämlich auf diverse Konzepte der Programmierung gelegt. Da kommen wir gleich noch zu. Es hat insgesamt knapp 600 Seiten. Interessant ist, dass es, obwohl es fast 600 Seiten hat, nur aus fünf Kapiteln besteht. Und diese Kapitel haben es eben durchaus auch in sich, also die sind durchaus anspruchsvoll. Das erste Kapitel fängt dabei noch relativ harmlos an. Das legt sozusagen so die Kernthese für den Rest des Buches vor. Es sagt nämlich, in der Programmierung geht es im Wesentlichen darum, um drei Elemente. Nämlich man hat kleine Bausteine und diese Bausteine sind erstmal sozusagen für sich isoliert verwendbar. Die sind auch nicht allzu komplex. Das Besondere bei der Programmierung ist dann, dass man als zweiten Schritt diese Bausteine miteinander kombinieren kann und dadurch eben höhere Komplexität schaffen kann. Und im dritten Schritt, dass man dann über diese Kombination der einfachen Bausteine abstrahieren kann. Und damit geht das Ganze quasi wieder von vorne los, weil man dann auf diesen abstrakten Bausteinen sozusagen, die wiederum mit anderen Bausteinen kombinieren kann und immer höhere Abstraktionsebenen erreichen kann. Und das ist ja etwas, gerade dieses Abstrahieren und dieses Schicht um Schicht um Schicht sozusagen bauen, und das ist ja durchaus etwas, was Softwareentwicklung auszeichnet. Und das ist sozusagen mal direkt die erste Ansage in diesem Buch. Und dieses Pattern, Bausteine kombinieren, abstrahieren, das zieht sich durch dieses Buch auch durch. Das wiederholt sich da an verschiedenen Stellen und das wird sozusagen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das erste Kapitel führt zunächst mal Ausdrücke ein. Interessant ist, dass es nicht mit Variablen startet. Also bis Variablen mal kommen, vergeht eine ganze Zeit in diesem Buch. Es führt also Ausdrücke ein und es geht um Ausdrücke, die ausgewertet werden können. Also es geht auch nicht um Statements, es geht wirklich um Expressions. Und deswegen beschäftigt sich das Buch auch mit der Frage, wie geht denn überhaupt eine Programmierumgebung dabei vor, Ausdrücke auszuwerten. Das heißt, es geht um die Evaluation. Das macht man auch von Hand, quasi auf Papier, um nachzuvollziehen. Auswertungsreihenfolge und ähnliche Dinge, wie funktioniert das. Im Anschluss werden dann Bedingungen vorgestellt, damit man komplexere Ausdrücke, wo eben auch eine gewisse Logik enthalten ist, abbilden kann. Und dann kommen Funktionen. Dabei geht es allerdings ausschließlich um Pure Functions, also um Funktionen im mathematisch-funktionalen Sinne. Und diese Ausdrücke, die einfachen Ausdrücke, das sind quasi die Bausteine. Die Funktionen ist die Möglichkeit, wie man dann mehrere solcher Ausdrücke zu größeren Einheiten kombinieren kann. Aber natürlich geht das erste Kapitel dann bei den Funktionen noch weiter. Es geht dann um Rekursion, es geht um Iteration. Es geht auch um die Frage nach der Komplexität. Wie ist Rekursion einzuordnen, wie ist Iteration einzuordnen und so weiter und so fort. Und schließlich kommt man zum Abstraktionsschritt, nämlich zu den Funktionen höherer Ordnung. Dass man also Funktionen hat, die Funktionen entgegennehmen können. Dass man Funktionen hat, die Funktionen zurückgeben können. Und dass man Funktionen im Grunde genommen wieder als Bausteine betrachten kann, die man kombinieren kann, um eben Komplexität und eben die Abstraktion zu steigern. Wenn man dieses erste Kapitel gelesen hat, oder zumindest mir ging es so, nachdem ich dieses erste Kapitel gelesen hatte, ich war ziemlich beeindruckt. Ich fand das sehr beeindruckend. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Auf der einen Seite, wie kompakt all diese Themen erklärt werden, aber wie hoch auch die Informationsdichte sozusagen ist und wie verständlich das Ganze dann doch in diesem ersten Kapitel zumindest dargestellt wird. Und was da auf ungefähr 100 Seiten vermittelt wird, dafür brauchen andere Bücher locker 500 Seiten und haben bei weitem nicht die gleiche Qualität und die gleiche Informationsdichte. Das zweite Kapitel, da geht es dann weniger um Code. Das erste Kapitel war ja im Wesentlichen, wie schreibe ich Code. Im zweiten Kapitel geht es dann um Daten. Und der Anfang wird damit gemacht, dass ein eigener Datentyp für Brüche definiert wird und dass auf diesem Datentyp arithmetische Operationen definiert werden sollen. Diese Funktionen sind erstmal losgelöst von den Daten. Wir haben übrigens immer noch keine Variablen eingeführt. Und dann wird gezeigt, wie man also mit Funktionen auf Daten arbeiten kann. Dann geht es um Listen. Das liegt ja nun bei Scheme, was ja ein Lisp-Dialekt ist. Und Lisp dreht sich ja alles um Listen. Das ist daher relativ naheliegend, dass es da also um Listen geht. Damit werden dann komplexere Datenstrukturen eingeführt. Und auch hier wieder zeigt sich das Pattern. Man startet mit einfachen Bausteinen, nämlich der Cons-Zelle, die ein Paar sozusagen repräsentiert, ein Paar von Daten, kombiniert die dann, um komplexere Typen zu bauen. Eben Listen oder eben noch weitere Dinge wie Tabellen und so weiter. Die Frage ist, wie kann man dann verschiedene Typen mischen? Also wenn ich jetzt so einen Typ habe für zum Beispiel die Brüche, wenn ich einen Typen habe für komplexe Zahlen, wie kann ich arithmetische Operationen bauen, dass sie mit Brüchen und komplexen Zahlen gleichermaßen zurechtkommen, ohne jede beliebige Kombination, in der die vorkommen können, sozusagen einzeln ausprogrammieren zu müssen. Darüber werden dann Begriffe wie Data-Directed Programming eingeführt. Es geht um Tagged Data, es werden generische Operationen eingeführt und wie man das Ganze eben miteinander vermischen kann, um zu abstrahieren. Das heißt, auch hier, ich habe es gerade schon mal gesagt, auch hier zeigt sich wieder dieses Pattern. Wir gucken uns erst die kleinen Bausteine an, dann kombinieren wir sie und dann abstrahieren wir darüber, indem wir eben generisch werden. Das heißt, erstes Kapitel Code, zweites Kapitel Daten. Im dritten Kapitel, da kommen jetzt endlich die Variablen zum Zuge, da wird also lokaler State eingeführt und verbunden damit, weil ich an eine Variable ja etwas zuweisen können muss, kommt die Zuweisung. Wir sind also zwei Kapitel weit gekommen, ohne uns über den Zuweisungsoperator Gedanken zu machen. Und das wirft tatsächlich einen ganzen Haufen an Fragen auf, nämlich dadurch, dass man jetzt ein neues Konzept einführt, nämlich Zeit, Veränderlichkeit oder Vergänglichkeit im Laufe der Zeit, wird das Konzept, wie evaluiert wird, wie Ausdrücke ausgewertet werden, über den Haufen geworfen, weil eben eine Variable sozusagen variabel ist und eben nicht mehr konstant. Und damit wird das Ganze sehr viel schwieriger. Und diese einfache Auswertung, um die es in Kapitel 1 und 2 ging, die reicht nicht mehr aus. Und dafür wird ein neues Modell eingeführt. Das basiert auf sogenannten Frames. Das erinnert sehr stark an die Art und Weise, wie in JavaScript mit Scopes umgegangen wird, ist auch verwandt mit Lexical Scoping und damit wird die Grundlage geschaffen für komplexere States. Es geht dann um Listen, um Queues, um Tabellen, alles sozusagen als veränderliche Datenstrukturen, als mutable Datenstrukturen. Und es führt dann am Ende eben durch die Zuweisung, kriegt man natürlich auch unter Umständen solche Probleme, wenn man mit Concurrency arbeitet, dann tauchen Konflikte auf, man hat auf einmal Data Races, man hat Deadlocks. All das hat man nicht, wenn man rein funktional mit Pure Functions programmiert. Und dem widmet das Buch eben auch einen gewissen Abschnitt. Das heißt, es werden die Grundlagen gelegt für Synchronisation von Threads. Das ist allerdings zugegebenermaßen aus meiner Sicht der schwächste Teil des Buches, weil das so ein bisschen kurz nur angerissen wird. Trotzdem ist es gut, dass es angesprochen wird. Danach geht es dann im dritten Kapitel weiter. Es geht noch um Streams. Was letzten Endes nichts anderes ist, als eine sogenannte Delayed List, die einfach erst nach und nach ausgewertet wird. In dem Zuge werden Promises eingeführt, wie man die auch selbst baut. Es werden unendliche Streams eingeführt, was so ein bisschen an Generatorfunktionen und das Yield-Schlüsselwort in JavaScript erinnert, was aber auch an Haskell mich stark erinnert hat, mit der Lazy Evaluation, die man in Haskell hat. Auch dort kann man ja Infinite Streams sehr, sehr elegant bauen. Und bis hier, also das Ganze ist ein super grandioses Buch. Die ersten drei Kapitel sind wirklich toll zu lesen. Man ist jetzt aber erst auf der Hälfte und man fragt sich, was kommt denn da jetzt eigentlich noch? Also weil das ist schon wahnsinnig viel Zeug. Man kann daraus schon wahnsinnig viel mitnehmen und man hat daraus sehr, sehr viel gelernt. Oder es besteht die Option zumindest, dass man daraus sehr, sehr viel lernen kann. Das vierte Kapitel heißt Metalinguistische Abstraktion und dort wird der sogenannte Metacircular Evaluator eingeführt. Das ist sozusagen ein Programm, was Scheme interpretiert, also ein Scheme Interpreter, der aber in Scheme geschrieben ist. Und deswegen Metacircular, also ein Interpreter für eine Sprache, der in dieser Sprache selbst geschrieben ist. Das heißt, es geht jetzt auf die Metaebene, wo Code in der einen Sprache sozusagen als Input-Daten für einen höheren Layer dient. Und das Ganze läuft also darauf hinaus, dass man Scheme in Scheme ausführen kann, indem man einen Interpreter einbettet. Und auf dem Weg kann man sich dann natürlich auch eigene Minisprachen bauen. Man kann Scheme erweitern, man kann sich quasi Domain-Specific Languages bauen. Und genau das passiert dann auch. Es wird gezeigt, wie man Scheme um Lazy Evaluation erweitern kann, um nicht deterministisches Verhalten, was eben nicht in Funktionen abgebildet wird, sondern was in der Sprache von Haus aus sozusagen eingebaut ist. Und es geht zuletzt dann eben auch um logische Programmierung. Das hat mich ein bisschen an Prolog erinnert und wo ich dann eben Abfragen auf Daten machen kann, was auf Patterns basiert und wo die Programmiersprache gewisse logische Entscheidungen sozusagen für mich trifft und mich eben darin unterstützt, solche Auswertungen zu machen. Das alles geht, das merkt man jetzt bei diesen Themen, das geht weit über eine reine Einführung hinaus. Das sind sehr komplexe Themen, das ist anspruchsvoll, aber das ist auch verdammt interessant, das ist verdammt lehrreich. Und von daher, dieses vierte Kapitel ist also durchaus auch sehr, sehr spannend. Das fünfte Kapitel, das ist ja dann das letzte Kapitel, das setzt dem Ganzen dann quasi noch die Krone auf. Das ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen bei dem Buch. Hier wird nämlich eine sogenannte Registermaschine entwickelt in Scheme. Das ist also quasi eine CPU, die Assembler versteht, wobei hier ein eigener Assembler-Dialekt verwendet wird. Und dann wird ein Compiler für diese virtualisierte oder für diese virtuelle CPU gebaut. Das heißt, was man letzten Endes im fünften Kapitel macht, ist, man baut im kleinen Stil zumindest eine virtuelle Maschine und führt dann Code auf dieser virtuellen Maschine, auf dieser virtuellen CPU aus. Und das erhebt sozusagen den Interpreter aus dem Kapitel 4 zum Compiler und eben zu einer kompletten Laufzeitumgebung. Das heißt, man lernt in diesem fünften Kapitel, en passant, eine ganze Menge noch über Compilerbau, über die Frage, wie man virtuelle Maschinen entwickelt, wie man mit Speicherverwaltung umgeht. Das heißt, um quasi all das, was in allen anderen Programmiersprachen auch unter der Haube passiert, was man dort aber quasi nie zu Gesicht bekommt. Und das alles sind natürlich Themen, die weit über eine Einführung hinausgehen. Und das ist durchaus anspruchsvoll, sich durch dieses Buch durchzuarbeiten. Was sehr hilfreich ist in dem Buch, das Buch enthält Hunderte, ich habe es nicht nachgezählt, es sind Hunderte, vielleicht auch Tausende von Übungsaufgaben. Das heißt, alle paar Seiten immer wieder so zwischendrin in einem Kapitel kommt, dass man mal dieses ausprobieren soll, dass man mal jenes ausprobieren soll, dass man das und das Programm schreiben soll und so weiter. Und das heißt, wenn man das wirklich ernst nimmt, wenn man dieses Buch ernsthaft durcharbeiten will, dann ist das sehr, sehr zeitaufwendig, weil man einfach nicht nur das Lesen und das Drüber Nachdenken dafür sehr viel Zeit braucht, sondern weil eben auch die Übungsaufgaben sehr zeitaufwendig sind. Aber das lohnt sich natürlich, weil man sich dadurch natürlich viel intensiver und noch mal viel tiefgehender mit der Materie beschäftigt. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich sage es noch mal, man kann aus diesem Buch unglaublich viel lernen. Und der Witz an der Sache ist, ich habe anfangs gesagt, es ist, wenn man es pragmatisch sieht, ein Buch, was einem Scheme beibringt. Und ja, man lernt Scheme. Man kennt am Ende einen minimalistischen Lisp-Dialekt, der eigentlich ganz schön ist so. Also ich persönlich mag Scheme ganz gerne. Man hat das gelernt, aber eigentlich ist das total nebensächlich geworden, weil der eigentliche Wert von diesem Buch ist eben was ganz, ganz anderes. Und es spielt eigentlich letztlich überhaupt keine Rolle, dass das Scheme ist. Es könnte theoretisch jede x-beliebige andere Sprache sein. Aber Lisp, also Scheme ist ja wie gesagt ein Lisp-Dialekt, bietet sich dann natürlich an, durch die Gleichbehandlung von Code und Daten. Und das ist natürlich gerade, wenn man auf diese Meta-Ebene wechselt, extrem hilfreich. Ich habe am Anfang dieses Videos gesagt, ich bin von diesem Buch sehr beeindruckt. Und ich glaube, das merkt man auch, so wie ich über das Buch erzähle. Ich kann mich da auch nur wiederholen, Structure and Interpretation of Computer Programms ist ohne Übertreibung eines der besten Informatikbücher, die ich je gelesen habe. Und meiner Meinung nach sollte jede Entwicklerin, jeder Entwickler sollte dieses Buch zumindest mal angefangen haben zu lesen. Im Idealfall wenigstens mal die Kapitel 1 bis 3. Wer sagt, okay, das mit dem Interpreter, mit dem Copiler, mit der Virtualisierung, das geht zu weit, ist okay. Aber gerade die ersten drei Kapitel, wo es dann um Code, um Daten und eben auch nachher um State geht, das ist eine extrem gute Idee, das mal zu lesen. Und zwar völlig egal, in welcher Programmiersprache man sonst so unterwegs ist. Und eine gute Idee ist, glaube ich, wenn man das Buch erst mal liest, es quasi mal sacken lässt, es mal verarbeitet und es dann noch mal liest. Und in diesem ersten Durchlauf, dass man da wirklich einfach nur mal liest, dass man die Übungen vielleicht so die ein oder andere mal ein bisschen durchdenkt, aber dass man sie nicht macht, einfach um überhaupt erst mal einen Überblick zu bekommen, um mal einen Eindruck zu bekommen, was da alles auf einen sozusagen zukommt. Und dann beim zweiten Durchlauf sich dann da wirklich intensiv um die Übungen zu kümmern. Einfach weil das Buch so anspruchsvoll ist, muss man es ohnehin mehr als einmal lesen. Man wird es beim ersten Mal lesen nicht komplett erfassen. Und deswegen, meine Empfehlung wäre es, einmal eher so einfach mal durchzulesen und dann beim zweiten Mal richtig zu lesen, eben mit dem ganzen zeitlichen Investment, was man in die Übungen stecken muss. Aber da kann man dann eben unglaublich viel für sich rausziehen. Unterm Strich, man merkt schon, es ist eine ganz klare Empfehlung. Auf jeden Fall sollte man dieses Buch sich zulegen. Man sollte es lesen, wenn es Bücher gibt, die den Titel Meisterwerk verdient haben. Das ist eins der wenigen, bei denen das tatsächlich der Fall ist. Und in dem Sinne möchte ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos benachrichtigt werdet. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntagmorgen natürlich. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ciao.